Willkommen! Der August birgt eine seltene und sehr besondere astrologische Konstellation. Wir nennen sie ein Jod oder auch ein Finger Gottes. Es ist ein schicksalshaftes Zeichen. Und diese seltene Ausrichtung von Planeten in einem 6-8er Verhältnis wird bedeutende globale Auswirkungen mit sich bringen. Veränderungen für viele, viele Menschen. Und was das alles genau bedeutet und auch für einzelne Länder, dazu gleich mehr im Energie-Update. Aber jetzt heiße ich dich erst einmal herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Silvia Suryodaya-Krupp. Ich bin vedische Astrologin. Und falls du gerne jede Woche ein Energie-Update erhalten möchtest, was gerade für dich wichtig ist, melde dich gerne an zu meinem kostenlosen Newsletter. Den Link findest du direkt hier unter dem Video. Bevor wir schauen, was uns astrologisch-energetisch im August erwartet, lasst uns wieder eine kleine Rückschau halten, was ich vorher gesehen habe und was eingetroffen ist. Ich habe von der explosiven Konjunktion von Uranus, Mars und Algo gesprochen. Und zwei Tage vor ihrem Höhepunkt kam es zu einem versuchten Attentat auf Donald Trump, wie ihr bestimmt alle wisst. Hätte der Schütze ihn wirklich getroffen, es wäre kaum auszudenken, was das für die USA und die ganze Welt bedeutet hätte. Was das in Gang gesetzt haben könnte. Es gibt jetzt viele Mutmaßungen, inwieweit dieses Attentat gezielt geplant worden war. Und gab es irgendwelche Hintermänner? Gab es vielleicht einen zweiten Schützen, der jetzt auch noch mit ins Spiel kommt? Wir werden sehen, was dort weiter ans Licht kommen wird. Was ich aus astrologischer Sicht sagen kann, Neptun hat bei diesem Event mitgewirkt. Und mit Neptun bleibt manches manchmal im Geheimen und Verborgenen. Und eben diese Energie von Algo, die sich buchstäblich ausgespielt hat. Denn Algo hat sehr viel damit zu tun, dass wir den Kopf verlieren können. Und zu den Wahlen in den USA habe ich vor ein paar Tagen ein Video veröffentlicht, das du dir gerne auch noch anschauen kannst, das ich dir hier verlinke. Auch Präsident Biden hat mehr oder weniger diese energetische Konstellation mit Algo zu spüren bekommen. Was dann letztendlich Auslöser war, dass er seine Präsidentschaftskandidatur zurückzog. Mehr dazu im Video über die Wahl. Doch was ist noch weiter eingetroffen von dem, was ich vorhergesagt hatte? Ich hatte vor wenigen Tagen davor vor einem Angriff Israels auf den Gazastreifen gewarnt. Und leider ist genau das eingetroffen. Und es sind 91 Menschen dabei gestorben. Ich habe über den zunehmenden Druck gesprochen auf Frauen und Kinder im Iran. Und auch hier gibt es Berichte von Amnesty International, dass diese neuen Hijab-Gesetze verschärft wurden. Und das bedeutet, wenn Frauen sich nicht in der Öffentlichkeit entsprechend ihren kompletten Körper und ihr Gesicht richtig verdeckt haben, riskieren sie extreme, extreme Strafen. Ich hatte davon gesprochen, dass die Gefahr auf ein Attentat, auf die Führung in der Ukraine sehr hoch sein könnte, vor allem gegenüber Zelensky. Und scheinbar wurden zwei hochrangige Sicherheitsbeamte verhaftet, die mit russischen Agenten zusammengearbeitet hatten, um den Präsidenten zu töten. Es ist natürlich immer sehr, sehr schwierig, solche Berichte zu überprüfen. Doch scheinen die Quellen hier zuverlässig zu sein. Und ich hatte von einem Führungswechsel in den USA gesprochen, mit dem rückläufigen Saturn im zehnten Haus der USA. Und auch das sehen wir jetzt mit dem Rückzug von beiden. Aber jetzt lasst uns schauen, was uns im August erwarten könnte, was die wichtigsten astrologischen und energetischen Eckpunkte sind. Und wie gesagt, ich habe einen Newsletter, wo ich jede Woche ganz praktische Tipps mit euch teile, was in der kommenden Woche auf uns alle zukommt. Wenn du den gerne haben möchtest, kannst du ihn abonnieren. Und wir schauen uns, wie gesagt, auch noch ein paar Länderhoroskope an, wobei ich die Länder Deutschland, Österreich und die Schweiz in einem Extra-Video behandeln werde. Dann habe ich einfach ein bisschen mehr Zeit, auf diese Energien einzugehen. Wichtig in diesem Monat August ist Mars. Denn bis zum 26. August wird Mars weiterhin im Zeichen Stier sein, zusammen mit Uranus und Jupiter. Und diese Konstellation kann zu weiteren unerwarteten Ereignissen führen. Vor allem auch, wo es um diese Wetterkapriolen geht, die wir gerade erleben, extreme, ja, die Erde, denn das Zeichen Stier steht ganz stark in Verbindung mit der Erde, kann Uranus und Mars buchstäblich die Erde erschüttern. Und es gibt derzeit so viele Waldbrände, die in den Nachrichten oftmals nur wenig Beachtung finden. Durch meine Kollegin habe ich erfahren, dass in Bulgarien ganze Dörfer niederbrennen und dass die Menschen nicht mal Wasser haben, um diese Feuer zu löschen. In Kanada stehen große Waldflächen in Flammen bereits viele, viele Wochen. Und die italienischen Vulkane, von denen ich auch schon gesprochen hatte in den letzten Wochen, der Ätna und der Stromboli, sind sehr, sehr aktiv. Und wir werden, habe ich auch davon gesprochen, vor allem in der Zeit, wenn Mars jetzt mit Uranus im Zeichen Stier ist, diese extremen Sonnenaktivitäten haben. Das wird sich ein bisschen beruhigen, wenn Mars dann in das Zeichen Zwillinge wechselt. Und in diesem Monat, wir haben schon wieder sehr, sehr starke Aktivitäten auf der Sonne. Und ja, das andere, was wichtig ist, seit dem 31. Juli befindet sich Planet Venus im Zeichen Löwe, genauer gesagt im Mondhaus Maga und ebenso auch Merkur. Und diese Konstellation wirkt sich besonders auch auf Beziehungen aus. Es ist eine Zeit, in der die Liebesbeziehungen sich intensivieren können, man leidenschaftlicher werden kann mit diesen Energien und Menschen ihre Zuneigung sehr viel offener und großzügiger zeigen als sonst. Und auch die Kommunikation wird lebhafter mit diesen Energien. Wir werden kreativer und führen vielleicht viele inspirierende Gespräche und neue Ideen und Impulse kommen in unser Leben. Wir haben einen Neumond am 4. August um 13.11 Uhr, deutsche Zeit, im Zeichen Krebs im Mondhaus Asleja. Und der hat es in sich, denn der Neumond findet genau gegenüberliegend von Pluto statt, was eine sehr, sehr starke Energie triggert mit Pluto. Und besonders bemerkenswert ist es, dass Planet Merkur einen Tag später rückläufig wird und zu dieser Zeit des Neumondes damit sehr, sehr stark sein wird. Und wir dort bereits diese rückläufigen Energien von Merkur spüren werden. Und noch eine Sache, die auch noch bei diesem Neumond stattfinden wird, und zwar der obere Mond, der untere Mondknoten, der sich Ketu nennt, befindet sich exakt auf 15 Grad im Zeichen Jungfrau und hat einen direkten Aspekt auf Mars, der neun Häuser weiter sich im Zeichen Stier befindet. Und ich habe schon öfters davon gesprochen, wenn Ketu exakt mit Mars zusammenkommt, dann ist das ein extremer Trigger, der oftmals auch terroristische Events auslösen kann. Aber wir schauen uns gleich noch ein paar Länderhoroskope an, um herauszufinden, was für ein Potenzial Mars hier und Ketu mit sich bringen. Mars und Ketu bedeuten auch kopflose Aktionen, kopflose Handlungen, die oftmals von Gewalt und Aggression geprägt sind. Das Mondhaus Asleja, in dem dieser Neumond stattfindet, ist von Merkur regiert, und Merkur steht kurz davor, rückläufig zu werden. Asleja bringt eine tiefgehende und oft geheimnisvolle Energie mit sich, die zu Enthüllungen und Transformationen führen kann. Diese Zeit kann intensive emotionale Prozesse auslösen und beeinflusst unsere Kommunikation. Denn wenn Merkur dann rückläufig wird, können viele Missverständnisse und Verzögerungen kommen. Wir kommen noch auf den rückläufigen Merkur. Bei diesem Neumond befindet sich Pluto, wie gesagt, genau in Opposition zum Neumond. Und das verstärkt diese Kraft der Veränderung, die eben, ja, Dinge aufsprengen möchte, alte Dinge aufsprengen möchte. Pluto steht auch ganz stark in Verbindung mit Macht, Kontrolle und unserem Unterbewussten. Und diese Kombination mit Merkur, der dann rückläufig wird, ein Tag später, steht dafür, dass verborgene Informationen ans Licht kommen können und lang gehegte Geheimnisse enthüllt werden könnten. Es ist eine Phase, die uns auffordert, uns alle auffordert, tiefer zu schauen nach unserer eigenen Wahrheit, uns unseren innersten Ängsten und Wünschen zu stellen. Merkur wird am 5. August rückläufig, bis zum 28. August. Und das ist immer eine Zeitphase, wo es zu mehr Missverständnissen kommen wird, Kommunikationsschwierigkeiten. Wir können buchstäblich nicht klar sehen, nicht klar wahrnehmen. Oftmals sind technische Geräte dann besonders anfällig, funktionieren nicht richtig, es gibt Ausfälle, die Internetverbindung spinnt. Wir sollten ganz besonders aufpassen, wenn es darum geht, Dateien richtig zu sichern und sie wieder zu finden. Dinge gehen spurlos verloren. Und es gibt oftmals eben auch Verzögerungen, wenn es um Reisen geht oder Flüge fallen aus. All diese Dinge hängen mit einem rückläufigen Merkur ganz stark zusammen. Merkur wird im Zeichen Löwe rückläufig und das bedeutet, es geht auch um unseren Selbstausdruck, es geht darum, wie grenze ich mich ab zu anderen. Auch hier kann es viele Unklarheiten geben und vor allem Merkur läuft zurück in das Zeichen Krebs und da triggert dieser rückläufige Merkur ganz viele Emotionen, emotionale Themen, familiäre Angelegenheiten, ungelöste Konflikte in der Familie, die dort nochmals aufkommen, die nochmals besprochen werden, die nochmals diskutiert werden und wo es aber darum geht, dass wir eben die Unklarheiten jetzt auch erkennen können und eventuell auch klären können oder dann eben ab nach dem 28. August, wenn dann Merkur wieder nach vorne läuft. Merkur wird auch im Transit mit der Sonne zusammenkommen und das bedeutet, dass diese Unklarheit oftmals noch stärker werden kann, denn die Sonne nimmt Merkur die Kraft für seine rationale Möglichkeiten und dass wir eben wichtige Entscheidungen treffen können und unsere Ziele und Strategien ein Stück weit so ein bisschen in der Luft hängen können während dieser Zeit der Rückläufigkeit. Aber dann, wenn Merkur wieder direktläufig wird, ab dem 28. August, können wir viele, viele Entscheidungen neu treffen und gestärkt durch diese Zeit der Reflexion hervorgehen und unseren Fokus neu ausrichten auf unsere Ziele. Und so bringt der rückläufige Merkur immer auch ein großes Potenzial, etwas zu verändern, etwas, was nicht mehr wirklich funktioniert, wahrzunehmen und zu verändern. Der Höhepunkt in diesem Monat ist diese ganz besondere schicksalshafte Konstellation, die am 22. August genau exakt wird und sich der Finger Gottes nennt oder auch Jod, der zwischen der Sonne stattfindet, die auf 5 Grad im Zeichen Löwe sein wird, Pluto, der sich sechs Häuser weiter im Zeichen Steinbock auf 5 Grad befindet und Neptun, drei Häuser weiter im Zeichen Fische auf 5 Grad. Und diese besondere Konstellation, alle drei Planeten sind in einem 6-8er Verhältnis zueinander, spricht von schicksalshaften Energien. Und gleichzeitig befindet sich Merkur im Übergang in Gandanta, was das Gefühl verstärken kann, die Kontrolle zu verlieren. Gandanta bedeutet, wenn ein Planet sich von einem Wasserzeichen in das Feuerzeichen bewegt, entweder vom Feuerzeichen ins Wasserzeichen oder vom Wasserzeichen ins Feuerzeichen. Eine sehr besondere Energie, die uns eben oftmals das Gefühl gibt, die Kontrolle zu verlieren. Und diese Dinge, die dort eintreffen, sprechen von schicksalshaften Ereignissen und tiefgreifenden Veränderungen. Wie gesagt, dieses Jod entsteht, wenn drei Planeten in einer Quinkungs, nennt man das auch in dieser 6-8er Position, zueinander stehen. Und in diesem Fall haben wir sie zwischen der Sonne, Pluto und Neptun. Und das sind ganz, ganz transformative Energien, die von großen Veränderungen sprechen. Die Sonne im Zeichen Löwe und Pluto im Zeichen Steinbock sprechen vor allem auch von alten autoritären Strukturen, die aufbrechen werden. Alte Machtstrukturen. Es ist eine Zeit, in der bestehende Führungsrollen und Machtverhältnisse neu gespielt werden und hinterfragt werden. Und auch eine ganz starke revolutionäre Energie dahinter steht, die die alten Dinge nicht mehr akzeptiert. Und dann haben wir noch Neptun. Und die Verbindung von Sonne, Neptun und Pluto steht natürlich dann auch in Verbindung, dass Dinge nach oben kommen. Täuschungen, Desillusionen. Und auch Neptun steht natürlich auch ganz stark mit spirituellen Einsichten in Verbindung. Eine buchstäblich spirituelle Welle, kannst du sagen, eine spirituelle Revolution, die eben ganz stark davon spricht, dass das Alte nicht mehr für uns funktioniert. Wir werden sehen, wie diese Energien sich ausspielen werden. Und natürlich spielen sie auch in unserem persönlichen Leben eine wichtige Rolle, wie auf der Weltenbühne. Markier dir unbedingt diese Tage. Es muss nicht exakt der 22. August sein, aber was um diesen Zeitraum in deinem Leben los ist. Weil damit können wir am besten erkennen, dass diese astrologischen Konstellationen auch wirken in unserem persönlichen Leben. Die Verbindung von Sonne und Neptun kann zu tiefgreifenden spirituellen Einsichten führen. Aber eben mit Pluto zu dramatischen Abbrüchen oder Brüchen mit dem alten Leben. Noch eine letzte Sache, die wichtig ist für den August. Und das ist der Vollmond, der am 19. August stattfinden wird, um 20.26 Uhr, im Zeichen Wassermann im Mondhaus Danishtar. Denn auch er bringt eine ganz besondere Konstellation mit sich und das kurz bevor dieser Finger Gottes entsteht. Er findet im Mondhaus Danishtar statt. Danishtar ist verbunden mit Planet Mars. Uranus, Jupiter und Mars bilden ein T-Quadrat mit der Sonne im Zeichen Löwe und Mond im Zeichen Wassermann. Bei einem Vollmond stehen sich Sonne und Mond immer genau gegenüber. Und genau in der Mitte zwischen Sonne und Mond bildet sich dieses T-Quadrat mit Uranus, Mars und Jupiter. Sehr, sehr besonders. Und das eben kurz bevor wir die andere schicksalshafte Konstellation haben. Und mit Uranus dort in der Mitte zwischen Pluto und der Sonne, das spricht eben für unvorhersehbare Veränderungen. Menschen fühlen sich unzufrieden und versuchen immer mehr, ihre eigene Vorstellung von Gerechtigkeit durchzusetzen. In England brennen die Städte und das zeigt ganz, ganz stark, dass dieser Anstieg an Rebellion und auch an Gewalteinsatz etwas sehr, sehr Wichtiges ist, dass wir uns auch anschauen müssen, auch wo es um Migranten geht und Zuwanderer. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir uns diesen destruktiven Energien auch stellen und konstruktive Wege finden, wie wir damit umgehen können. Und Gewalt gegen Gewalt ist niemals eine Lösung, sondern es ist Zeit, die alten Wunden anzuschauen und sie zu heilen und langfristige emotionale Stabilität herzustellen, indem wir aufeinander zugehen, indem wir verstehen, dass wir alle im gleichen Boot sitzen. Wir werden sehen, wie diese Energien sich ausspielen werden. Wie wirken sie sich jetzt aus auf einzelne Länder? Ich möchte einen kurzen Blick auf die USA werfen, auf China, auf die Ukraine, Israel und Taiwan. Für Deutschland, Österreich und die Schweiz, wie gesagt, mache ich ein extra Video, aber sonst wird das alles hier heute viel zu viel. Für die USA. Der Neumond findet für die USA im Zeichen Krebs im achten Haus statt und bringt intensive, transformative Energien mit sich, die zu unerwarteten Ereignissen führen können. Denn das achte Haus, da geht es um Dinge, die wir oftmals nicht planen können. Mit dem rückläufigen Merkur und Rahu, die sich dort im Geburtshoroskop der USA befinden, geht es auch um finanzielle, gesellschaftliche Veränderungen, die anstehen. Und eben auch ganz stark Missverständnisse, geheime Informationen, die ans Licht kommen können. Vielleicht sogar mehr zu dem Attentat selbst. Wir werden sehen. Aber es ist eine Phase, wo es auch um das Thema Schulden geht, Auslandsschulden geht, der USA, um das Thema Steuern geht, Inflation geht. Wirtschaftliche Themen sind dabei wichtig. Da werden, ja, wichtige Dinge nach oben kommen können. Am 8. August wird Mars sich im Transit über dem Geburtsuranus der USA im sechsten Haus befinden und triggert diese Themen nochmal ganz besonders. Eben auch das Thema Wirtschaft und Finanzen, ein ganz, ganz wichtiges Thema und das Thema Schulden. Und natürlich auch der Arbeitsmarkt, der ein Stück weit mehr damit in den Mittelpunkt kommen kann mit diesen ganz besonderen Energien. Und es wird natürlich auch viele Proteste geben und Konflikte, die damit in Verbindung stehen können. Dieses ganz besondere Jod, das wir am 22. August haben, mit Neptun im 4. Haus im Horoskop der USA und die Sonne im 9. Haus der USA und Pluto im 2. Haus spricht genau, eben auch noch einmal ganz stark über diese Themen, dass wirtschaftliche Dinge nach oben kommen, die Inflation ein wichtiges Thema ist und vor allem auch internationale Beziehungen. Ich möchte ganz kurz auf ein anderes Land schauen und zwar China. Ich weiß, dass China für viele Menschen nicht so sehr im Mittelpunkt steht, aber auch dort haben wir gerade sehr, sehr interessante Energien. Pluto befindet sich dort gerade im Transit auf 6 Grad im ersten Haus im Horoskop von China im Zeichen Steinbock. Und der Mond im Geburtshoroskop steht auf 10 Grad. Und das, was wir gerade in China eben ganz stark auch sehen können, ist, dass diese Kontrolle und Macht aus Übung der Regierungsorganisationen immer mehr und stärker wird. Und genau das sehen wir gespiegelt mit Pluto dort im ersten Haus im Horoskop von China. Und dieses ganz besondere Jod am 22. August triggert noch einmal diese Energien sehr, sehr stark mit Neptun im 3. Haus, was zu weiteren erheblichen Einschränkungen führen kann und Überwachungen im Bereich der Kommunikation der elektronischen Geräte und natürlich auch der Umgang mit Medien, dass dort weitere Kontrollen eingeführt werden und die Bevölkerung noch mehr unter Druck gesetzt wird. Keine einfachen Energien für die Menschen in China. Für Taiwan möchte ich auch nur ganz kurz drauf schauen, weil auch Taiwan gerade ein sehr, sehr energetisch wichtiges Horoskop zeigt mit herausfordernden Energien. Uranus dort im 5. Haus steht in einer direkten Konjunktion mit Transit Pluto auf 6 Grad im Zeichen Steinbock. Und diese Konstellation wird durch dieses Jod am 22. August aktiviert. Und das aktiviert mitunter auch das 7. Haus und das 12. Haus. Das 7. Haus und das 12. Haus, die haben ganz stark mit unseren Gegnern zu tun, mit einer auch geheimen Operation kann es zu tun haben, mit erhöhter Spannung in Bezug auf internationale Beziehungen. Dann schauen wir noch kurz auf Israel, denn für Israel wird der Monat August auch sehr bedeutsam werden. Eine sehr herausfordernde Zeit. Der Neumond findet auf 18 Grad im Zeichen Krebs statt. Auf 19 Grad hat Israel seinen Pluto. Das ist nicht einfach. Es ist das 11. Haus, was für Verbündete steht, für das Netzwerk steht, für internationale Beziehungen. Das könnte dort zu Veränderungen führen. Aber vor allem dieses Jod am 22. August aktiviert Mars. Mars im Geburtshoroskop von Israel befindet sich auf 5 Grad im Zeichen Löwe. Genau dort wird dieses Jod aktiv werden, wenn die Sonne auf 5 Grad im Zeichen Löwe aktiv im Transit sein wird. Und das bedeutet, Mars und Sonne kommen zusammen und das ist oftmals keine einfache Energie. Es kann damit sein, dass man mehr seine Macht demonstrieren möchte oder auch verborgen operierende Gegner dort aktiv werden. Das kann im Zusammenhang stehen mit terroristischen Angriffen. Für die Ukraine wird der Monat August auch äußerst herausfordernd werden. Denn dieses Jod, das am 22. August gebildet wird, trifft direkt mit vielen Planeten, die sich dort im Zeichen Löwe befinden, zusammen. Vor allem der Sonne auf 7 Grad und die Sonne steht für die Führung. Das Zeichen Steinbock, wo dort Pluto mit der Sonne ja in diesem Jod aktiviert wird, ist das erste Haus für die Ukraine. Und weist auf eine intensive Zeit mit Prüfungen und Herausforderungen für das ganze Land hin. Und vor allem auch für die Führung mit der Sonne. Ich habe schon davon gesprochen, auch die letzten Monate, dass ich dort die Führung wackeln sehe, mit Präsident Zelensky. Wir werden sehen, wie die Dinge sich entwickeln. Aber es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dort auch für seine Sicherheit zu sorgen. Denn diese Energien sprechen für intensive Veränderungen. Aber sie treffen dort auch das ganze Land mit einer gewissen Instabilität, mit Pluto im ersten Haus. Viel Zerstörung für das Land. Aber das wissen wir ja alle, was gerade dort passiert. Der August 2024 verspricht ein Monat voller intensiver Energien und tiefgreifender Veränderungen zu werden. Dieses Jod, der Finger Gottes, der am Sternenhimmel am 22. August entsteht, bringt mächtige Energien mit sich, die auf die kollektive Ebene wirken werden. Und damit sind wir alle aufgefordert, alte Strukturen in unserem Leben zu überdenken und vor allem auch, wo wir uns selbst Dinge schönreden. Es ist eine Zeit, in der ganze Länder, aber auch jeder von uns Dinge verändern darf. Diese Zeit erfordert von jedem Mut, aber auch Weisheit und sich zu fragen, wo gehöre ich dazu. Ganz, ganz wichtig. Und man darf die eigene innere Stärke wieder mehr sich darauf besinnen und die alten Wunden heilen, damit wir langfristig eine neue Stabilität finden können. Und die Energien im August bieten uns die Möglichkeit, tief verwurzelte alte Strukturen, die sich selbst überlebt haben, jetzt zu verändern und neue Wege zu beschreiten. Und gerade wenn es sehr, sehr kritisch wird, können wir uns alle fragen und besinnen, was uns miteinander wieder verbindet und dort unseren Fokus darauf legen als das, was uns trennt. Ich hoffe, diese Einblicke helfen dir, die kommenden Wochen besser zu verstehen und dich darauf vorzubereiten. Und vergesse nicht, die Macht liegt in dir und in niemand anderem. Ich freue mich auf eure Kommentare, teilt dieses Video gerne mit anderen Menschen und ich liebe dich.